Du liebst den scharfen Genuss von Chili, Savoneros und scharfen Soßen? Deine Familie hat Angst, wenn du ihnen etwas von deinem Teller abgibst? Dann bist du hier genau richtig! Hallo Chili Geek, mein Name ist Matthias und seit über 20 Jahren gehe ich dahin, wo der Pfeffer wächst. Ich freue mich, wenn du mitkommst!